Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Nevertales 2 Rauch... äh, nein, nicht 2, 3! Rauch und Spiegel. Und wir wollen sofort weitermachen, ich bin schon ganz neugierig, ob Alice es schafft, von der realen Welt in das Schloss der Spiegelwelt zu kommen. Äh, beziehungsweise Buchwelt. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Denn? Und? Komm schon, ja. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier im Casino stehen geblieben und müssen jetzt irgendwie das Rad da anschmeißen. Äh, das Roulette-Rad ist bereit, sicherlich gibt es eine Anleitung, damit ich weiß, wie ich es bedienen kann. Ähm, nimm die Berichtstange. Anleitung, wo können wir denn hier noch eine Anleitung finden? Hier ist mal gar nichts mehr zu finden. Na, da ist nur das Rad, ne? Ja. Wo draufdrücken? Habe ich irgendwas im Tablet? Oh, nee. Ist alles auf der anderen Seite. Äh, hatte ich nicht letztens gesagt, äh... Beim letzten Mal irgendwann gesagt, die Karte wäre hier rausgenommen? Äh, heh. Gut. Laut Karte müssen wir uns mal hier zu dem Schläfer schleichen. Heiße. Äh, äh, ah, ja. Äh. Der Code ist sicherlich in einem der Mäntel versteckt. Vorsicht, wenn ich zu nahe komme, dann wird er aufwachen. Äh, nimm den Kopierstab. Nichts Besseres zu tun, als den jetzt hier... Ach, da. Rüch. Da war ja klar. Hihihi. Ich dachte, das hängt an der Nase. Puh, Glück gehabt. Ich hätte es, äh, fast versiebt. Diesmal muss ich vorsichtig sein. Ja, dann mach mal. Nö, das muss ich jetzt machen. Ähm. Äh, okay. Hm, sieht aus wie eine Anweisung für das Roulette. Ja. Flitzen wir mal da wieder hin. Ja, das ist mir jetzt auch klar. So, jetzt gehen wir erstmal an das Rad, damit ich da überhaupt... Können wir das hier hinkleben? Ja, wunderbar. So, die Null steht... Äh, hier so. Außenkreis. So, und dann... Ah, nein. Na. Na doch, ist richtig. Okay. Okay. Ja. Ja. Schön. Genau verkehrt rum. Hm, 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 hm. So. So. Ah, geschafft. Und jetzt müssen wir noch Code eingeben. Stand der da drauf? Vergiss den Code für den Überwachungsraum nicht schon wieder. Na, schön. Äh. Die richtige Kombination kann ich nicht erraten. Es gibt sicher eine Möglichkeit, die Tür... An der Tür vorbeizukommen. Äh, 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 äh. Laptop-Kabel. Schraubenzieher. Blechbüchse. Nein. Was sagt denn die Karte? Was soll uns... Ja, wir sind richtig. An der Tür vorbeizukommen. Ähm. Ähm. Büm. Ja, Schraubenzieher. Da, erstmal näher ran. Und dann machen wir mal die Schrauben auf. Hier. 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 Na, komm. Wir montieren mal eben alles ab. Und gehen ins nächste Minispiel. Habe ich die Schaltkreise freigelegt. Vielleicht kann ich einen Kurzschluss verursachen. Wupp. Süpp. Putsch. Puff. Hehe. Gut. So, rein da. Ja. Ich kann euch aus hier helfen. Wenn du Hilfe benötigst, die Maschinerie zu benötigen. Ich kann Ihnen von hier aus helfen. Wenn Sie Hilfe mit den Geräten brauchen, dann fragen Sie mich einfach. Woher weiß er das? Äh, ich weiß nicht. Aber kannst du mit modernen Geräten umgehen? Ja, genau. Sie können mit diesen hochmodernen Geräten umgehen? Wenn du so gut wie ich bist, ist es nicht wichtig, was die Technologie ist. Na, super. Wenn Sie so talentiert sind wie ich, dann ist es egal, welche Technologie Sie verwenden. See? Now, komm, helf mir. Sehen Sie? Kein Problem. Aber Sie können mir etwas helfen. Ja. Weil das wieder ein Wimbelbild ist. Okay. Erstmal gucken wir... Nehmen wir das Ding mit, bevor wir es vergessen haben. Dankeschön. Ja, wir helfen dir gleich. Äh, hier ist sonst nichts, ne? Nö. Gut. Dann wimmeln wir. Ach, du Schöne. Äh, Glühwimmchen. Das haben wir erstmal eingefangen. Das haben wir auch eing... Oh. Die gibt es hier auch noch. Naja, gut. So, was brauchen wir denn hier? Äh, Feuer. War das Feuer? Ja. Okay, dann halt nicht. Da ist noch eine Tasche. Was Süßes. Getränke. Ein Glücksdingen. Den will er nicht. Den will er auch nicht. Den will er nicht. Da war möchte er aber dran. Eine Fliege. Habe ich erwischt. Acht. Sechs. Kommt da noch eine Karte? Nö. Bumbums. Feuer. Ah, Feuer. Den will er nicht. Den will er nicht. Das will er nicht. Da will er rein. Süßes. Äh, Blumen. Schirm. Nicht. Bum. Ja, klar. Pflanzen. Tränke. Und die Sechs. Und jetzt finde die Feder des Schriftstellers. Das ist der Autor's Quill. Die Queen hat ihn in diesem Welt gebracht. Aber du hast noch nie erklärt, warum der Quill so wichtig ist. Der Autor's Quill ist ein extrem kräftiges Artefakt. Wer die Karte hat, kann er oder verändern. These strange book worlds. Aber in den falsch hands, it kann be a source of ultimate destruction. Oh nein, was ist denn jetzt los? Oh nein, sie wissen, dass wir hier sind. Wir sollten besser getrennte Wege gehen. Geh weiter in die Talworld. Ich stehe hier und benutze meine Magie an diesen Maschinen. Oh, und noch etwas. Ich habe dieses Karte auf dem Tisch gefunden. Es wird dir helfen, in die Königin zu kommen. Oh, und noch etwas. Ich habe diese Karte auf dem Schreibtisch gefunden. Mit ihr können Sie Zutritt in das Gemach der Königin verschaffen. Ja. Gut. Äh, das ist das. Wie reisen wir jetzt? Danke. Was in der Welt hat den Alarm ausgelöst? Ich nicht. Hey, wer ist da? Du solltest hier nicht sein, Missy. Oh nein, er hat mich entdeckt. Ich muss schnell handeln. Ich, ähm, ich bin sorry. Ouch. Ow! Oh, my head. Ich bin wirklich sorry. Ja. Hey, da ist ein Schiff. Mein Weg zu der Quill ist durch Talworld. Dies müssen die Casinos der Märchenwelt sein, aber ich befinde mich im Schloss. Äh, ja. Ja. So. Da ist... Die Axt steckt fest, aber ich... Aber sie ist zu hoch und ich komme nicht heran. Was? Wo ist Geist, wenn man ihn braucht? Ja, frag mich. Kommt noch. Was haben wir da? Moment. Ist die Figur Mutter? Sie tritt gegen die Königin an? Äh, ein roter Soldat fehlt. Okay. Na, gut. Können wir auch nicht viel machen, ne? Äh, jetzt Karte. Karte ist da oben. Gut. Beobachtungsraum? Oh, Katje. Oh, Giftziege. Was ist denn los? Was ist das für ein Grund für deine schlechte Laune? Bist du hungrig? Ähm. Fünf Türme, aber nur eine Fahne. Da fehlen ganz eindeutig vier. Und da fehlt so ein Dings. Allen Ansteigen fehlt ein Teil der Säule. Okay. Und dann hier die Werkschale der Justitia nimmt immer Kommt immer im Paar. Ja, fehlt die andere, ne? Gut. Äh. Beobachtungsraum. Hier oben ist nix. Dann ziehen wir das mal ab. Was für eine seltsame Kugel. Noch eine seltsamere. Och, was haben wir denn da? Ach, die Wackschale. Eine. Da ist ne Fahne. Die nehmen wir mit. Und da fehlt ne Kugel. Und. Was für seltsame Kugeln. Hm. Na gut. Jetzt gehen wir erstmal die Wackschale wegbringen. Schnapp. Okay, näher ran. Und hinhängen. So, Justitia hat aber auch normalerweise keine Axt. Äh. Was? Tippe auf die Finger der Statue, bis die Nummer auf dem goldenen Ring mit der Nummer auf dem Schleife übereinstimmt. Okay, auf die Finger. Okay. Drei. Ein. 22. Achso. Daumen. Zeigefinger. Plus drei. Plus vier. Ich kann's mir grad nicht merken. Zehn. Daumen. Plus. Zehn. Das war minus drei, ne? Ja, ja. Ja. Zeige. Mittel. Ring. Und kleiner Finger. Äh. Mittelfinger minus drei. Mittelfinger minus drei. Mal zwei. Mal zwei. Ringfinger ist plus vier. Plus eins. Kleiner Finger. Plus eins. Ähm. Ja. Ja. Hehehehe. Hehehehe. 27, ne? Ach, minus drei. Ja. Zehn. Plus drei. Plus vier. Ach, ja. 24. Hehehehe. Ja. Ja. War passend. Ich hab jetzt keine Lust hier stundenlang hin und her zu rechnen, weil ich jetzt echt nicht mehr rechnen kann. Die Kugel wird durch Metallstangen gehalten. Ich muss doch irgendwie lösen können. Wo ist denn... Naja, aber jetzt... Ah. Der fehlt jetzt eigentlich das Schwert, ne? Aber wer weiß, ob diese Justiz hier... So. Huh. Nächstes Spiel. Was muss ich denn machen? Schiebe die Halter zu der richtigen Stelle und... Oh. 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 Nein. Da kommst du. Ja. So. So. Was ist da? Ah. Die Königin hat ihre unbarmherzigen Karten-Soldaten-Armee darauf angesetzt, alles was ihr im Weg steht, zu vernichten. Na super. Schrauben. Schräubchen. Schraube? Nein. Da ist eine Schraube. Ah. Was ist denn die zweite Schraube? Kann mich irgendwas bewegen? Äh, hallo? Wo ist denn hier? Sehe ich jetzt nicht. Ach, da. Pfff. No one had seen the menacing knights before, and no one knew where they'd come from. Noch nie zuvor hatte man die, äh, die bedrohlichen Ritter gesehen und keiner wusste, wo sie herkamen. Hm. Nein, Sixpack gilt nicht. Da, das Teil. Hier, das letzte werden die beiden sein, aber das nutzt mir jetzt nichts. Wir haben noch so einen gerüffelten, ne? Rüffel, 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 rüffel. Gerüffel, rüffel, rüffel. Ach, guck mal, komm mal. Da, konnten wir ein Stück wegschieben, den guten Mann. Aber in einem swiften Bewegung haben sie alle Stadt in dem Königreich. Sie starteten eine Offensive und nahmen jedes Dorf des Königreiches ein. Die Kartensoldaten waren brutal und gnadenlos. Da ist ein Flicken. Noch einen. Da. Den Dorfbewohnern blieb nichts anderes übrig, als sich in den Häusern zu verstecken. Da ist eins. Die zweite. Ah, da. Alle Hoffnung war verloren. Okay, die kriegen wir jetzt mit. Der Kugel befindet sich etwas. Hau mit der Axt drauf. Nochmal, komm. Jawohl, dankeschön. Kommen wir jetzt auch weiter. Das Ding klingt von einer Säule, ne? Haben wir hier alles? Oh. Casino Halle? Och, nöö. Habe ich den tatsächlich nicht geniungen? Den nicht gesehen?